1971 war die Welt in Bewegung. Aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Wegen Frauen weniger als eine Försche. Wie findest du, wenn ich wieder arbeiten würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du auch gar nicht. So ist das Gesetz. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein. Ich bin nämlich für das Frauenstimmrecht. Zum Glück ist ich meine nicht ausschlaggebend. Ich bin dabei. Dabei? Ich bin im Kampf. In Italien die Leute streiken, wenn sie was wollen. Wir müssen unsere Virginas kennenlernen. Die Eye of God. Was hat sie gesagt? Nicht. Es ist etwas Blasphemisches. Ich finde auch vieles ungerecht. Und ich mache nicht einen solchen Aufstand. wenn er nicht aufhört, dann nehmen wir mal etwas! Die Männer machen Gesetze, aber betroffen von diesem Gesetz sind wir auch. Wenn es eigentlich glasklar ist, wie himmelschreiendugrecht da ist. Für welche Tage reservieren? Für das lokale Aktionskomitee, für das Frauenstimmrecht. Das Weib hat in der Gemeinde zu schweigen, so steht es in der Bibel. Du sollst nicht Ehe brechen, steht auch in der Bibel.